Es ist schwer zu sagen, was ich wirklich fühle, weil ich bin geschockt. Hendry auch. Wir haben ein Jahr mit diesem Junge zusammengearbeitet. Nicht nur ein guter Fußballspieler, sondern auch ein super Mensch. Und wenn man so jung ist, 20 Jahre alt, und wir haben die Nachrichten bekommen, dann geschockt. Es fehlt mir die richtigen Wörter, etwas zu sagen, weil, was kann man sagen, so traurig. Dann ist alles andere nicht mehr wichtig.